Was war das? Kannst du iranisch tanzen? Ob ich persisch tanzen kann? Ja. Du willst, dass ich persisch tanze? Ja. War das die Frage? Ich wollte erst wissen, ob du's kannst. Ich kann's. Oh, ich kann's. Was? Ich kann's nicht, weil sonst wird die erste Reihe hier schwanger. Das geht nicht. Das geht nicht. Mann, Frau, alle werden sich schwanger hier. Weitere Fragen? Bitte? Aber deswegen sitzt du doch vorne. Wo soll's? Das ist ja genau das, was Rammstein und Luke Mockets der Presse gesagt haben. Deswegen sitzen die vorne. Die wollen das. Ich möchte mich rechtlich von all dem distanzieren.